Wer im Basketball dominieren will, der braucht vor allem eins. Athletik und vor allem Sprungkraft. Und deshalb ist es ganz wichtig, don't skip the leg day. Aber man kann es auch übertreiben. Dieser junge Mann quillte drei Stunden seine Beine. Das Resultat sieht man hier. Ich hoffe, der Dude steigt nicht mehr ins Auto. Puh, der Muskelkater, der bekommt einen eigenen Futternatt mit Viscars Protein Edition.